Hey. Hallo. Ich lage mir einen Zettel in die Tasche. Wie heißt sie denn? Samira. Kannst du sie bitte mal nehmen? Wo ist denn das ganze Zeug hier? Von den Neuen im ersten Stock. Was hast du denen gesagt? Keine Sorge, ich hab denen gesagt, dass meine Schwester zu Besuch ist mit der Kleinen. Scheiße. Janos, das ist Milchpulver. Kannst du das bitte mal anbringen? Mach du das mal witzig, ich hab davon keine Ahnung. Das steht alles drauf. Schaffst du schon, komm. Ah, hier. Janosch. Ja und pass auf, dass es nicht zu heiß ist. Mit dem Finger testen. Das ist der Janosch und ich in den Bergen. Das ist unser erster Tag in der neuen Wohnung. Das da, das ist Janosch Mama. Die hat auch Französisch gesprochen. Was machst du da? Was? Ich erzähl dir ein bisschen was von uns. Wieso? 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 Wieso?